moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu skyforge wir sind hier in veins so nennt sich diese region und warum sind wir in veins ganz einfach weil ich hier schon mal war und eigentlich gibt es hier genügend zu tun für mich aber der wahre grund ist dass die invasion die momentan läuft in veins stattfindet und hier können wir quasi die gegend noch mal angucken wie sie heil aussieht und später ich weiß allerdings nicht ob dieser folge werden wir uns dann auch mal die invasion auf oder in veins angucken ich habe schon mal so kleinen blick reingeworfen und ich komme ganz gut zurecht hier so als reaper ja ach so apropos reaper ja ich spiele jetzt den reaper und ich habe naja schon einiges an fähigkeiten freigeschaltet zumindest so viele dass man ihn ganz gut spielen kann auch in der invasion ganz gut spielen kann gefällt mir eigentlich bisher sehr gut er ist relativ langsam also ich war ja bisher gewohnt den schattenmeister und der spielt sich doch wesentlich schneller und hat auch schnellere attacken und hat auch fernkampf und so weiter und sofort der ist mehr so der tank der mann fürs grobe oder der river fürs grobe geht ran an den feind und haut mit seiner axt zu wo er nur kann na gut ich würde mal sagen wir laufen hier einfach mal durch wenig ein bisschen durch und aktivieren diese portale werde mich nicht eigentlich nicht machen ich werde einmal die bosse hier umhauen umkloppen dann werde diese portale aktivieren und das war es auch schon mit veins was gibt es noch wir haben hier noch etwas bekommen und zwar das vierte tablet habe ich heute bekommen da können wir uns gleich mal angucken was wir da machen müssen außerdem habe ich das ding hier bekommen schlachtausrüstung ein geschenk na was haben wir denn da na gut öffnen wir mal und long na gut nehmen wir sie mal an die musik erinnert mich ein bisschen an weihnachten okay nein wir wollen jetzt keine weiteren kaufen wir wollen uns die schlachtausrüstung angucken also einmal hier sortieren da ist sie da stand jetzt kostüm des nekromanten okay eigentlich habe ich ja den nekromanten das wäre dann also nichts neues so kleidung da ist sie kostüm des nekromanten na gut eine neue farbe wahrscheinlich nur weil das kostüm des nekromanten passt auch ein bisschen zum river ne die haube nicht mehr so ganz aber okay leider habe ich hier keine andere farbe das sich das mal schwarz waren könnte oder so okay wollen wir kurz mal so rumlaufen ja wir sind ja ein guter ein weißer river so laufen wir eine weile mal so rum wird uns nicht schaden was gab es noch ach so mal ein bisschen zum river ich kann euch ja mal die fähigkeiten ein bisschen zeigen ich weiß nicht ob da noch was kommt oder ob das alles ist aber dadurch dass hier nichts ist habe ich momentan auch sehr einfach zu spielen ich kann euch ja mal ein paar andere zeigen zum beispiel schattenmeister also hier muss man schon einiges lernen wie die ganzen kombinationen funktionieren damit man hier ein bisschen effizient spielt ich hier ist das dann doch eher simpel ähnlich ist das beim kriomanten ja na gut okay dann wollen wir uns mal auf den weg machen ein bisschen eine helfende eine helfende moment mal helfende ansprich mit hannah das können wir gleich machen ähm alien tag besiege als lichthüter 100 feinde und sammle funken der einsicht mhm als lichthüter naja das mache ich dann irgendwann nebenbei ich möchte jetzt nicht den lichthüter spielen ich möchte jetzt schön den river spielen ne ich habe ihn ja nicht äh umsonst für 9000 diamanten gekauft um ihn dann nicht zu spielen ah moment ja was ich übrigens auch gemacht habe das habe ich aber nicht aufgenommen ich habe tatsächlich mal ein team abenteuer gespielt ja ich hätte jetzt ganz gerne mal irgendwo naja die sind ja alle freundlich hier ne die wollen ja alle nichts ich habe ein abenteuer gespielt und zwar welches habe ich gespielt ich brauchte ja für den river noch eine axt ich hatte ja gar keine waffe jetzt habe ich eine wie ihr seht und die habe ich erspielt na wie kann es wie kann es sein habe ich erspielt hier im tempel hespilion da gibt es waffen da habe ich mich eingereiht nach einer halben stunde habe ich dann auch endlich mal zugang bekommen und äh diesmal hatte ich tatsächlich eine gruppe wo sich sofort drei ne zwei haben sich sofort zum gott verwandelt äh als das abenteuer losging und dann habe ich mich auch zum gott verwandelt und mit drei göttern und zwei normalen kämpfern und sterblichen sind wir da quasi wie die axt durch den wald also wir haben es echt ganz gut hingekriegt vorher war das so dass ich immer gruppen hatte da hat sich keiner zum gott verwandelt und diese gruppen sind kläglich gescheitert alle na gut somit habe ich also auch den tempel hespilion irgendwie jetzt einmal gespielt ich habe es leider nicht aufgenommen das ist äh tut mir leid oh missrat ah da können wir da können wir und da müssen wir eigentlich auch noch hin ja ja dann machen wir gleich erst mal möchte ich noch hier durch das heile veins so hier muss irgendwo hannah sein da da ist sie so hannah wie kann ich dir helfen oh 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 please help me creatures attack our farm my husband is still there oh please find him i'll be waiting here please hurry I'm begging you ja ok uuuhuuhuuhuu ja genau uuuuhuuhuu achso seitdem ich seitdem ich tempel hespilion gespielt habe ist übrigens auch ähm ja shift und car in der hauptstadt muss ich irgendwas machen das können wir uns ja auch gleich nochmal angucken so freunde wollt ihr wirklich euch mit mir anlegen Rums. Ja, das ist so eine der Attacken des Reavers. Ne, alles relativ langsam, aber wenn er zuhaut, dann, äh, dann haut er zu. So, eine helfende Hand. Oh nein, da liegt er. Leichnam. Nein. So. Das werdet ihr büßen. Gehre zu Hanna zurück. So. Was war eigentlich das hier gerade für eine Fähigkeit? Keine Ahnung. Rums. Ja, sieht schon ein bisschen übel aus, was der Reaver so macht. Ich kann mich auch hier hinstellen. So, jetzt kriege ich erstmal ein paar Sekunden keinen Schaden, wenn sie angreifen würden. Also, jeder Schaden wird sofort, naja, jetzt laufen sie alle weg, wird sofort in Leben verwandelt. Sechs Sekunden lang, glaube ich. Das sind schon ein paar krasse Fähigkeiten. So, her mit dem Schwert. So, kehre zu Hanna zurück. Schalter einen Bonus, war ja, das machen wir auch gleich noch. Äh, nein, das machen wir dann sofort, okay. Äh, Todesmeer. So, zack. Next. Ähm. Hm, 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 hm. Wo ist Thracias? Ist mein Mann alive? Ja, so ungefähr. Oh, heavens. Mein verberer Mann. Es tut mir leid. Oh, heavens. Aber warum? Na ja. Wie hat es passiert? Wahrscheinlich nicht schön. Ich bleibe hier. Just, geh. Ja. Bitte, ich muss jetzt allein sein. Dann. Dann mach's gut. So, Saphir der Ewigkeit bekommen? Ah, gut, Stufe sieben. So was brauchen wir nicht. Ich möchte das Schwert jetzt hier nicht einfach so wegschmeißen. Jetzt, wo ich's bekommen hab. So, hier soll ich reden mit jemandem, ne? Ja. Hier. Wer bist du? Identifizier dich selbst. Wie hast du hier geschafft, zu kommen? Siehst du mein Schwert? So bin ich hierher gekommen. Vines ist unter Siege von Hordern von Wörtern. Ich glaub ich muss mir das nicht alles anhören, ne? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Greetings. You are right on time. The Rapers of Death were just the beginning. Now we are being attacked by Gorgonoyds as well. Most of the city is occupied. I don't know how long we can hold out. You need to act quickly. So, so, ich soll also schnell machen. Na gut. Hier war, hier, ah, hier war ein Boss. Genau, deshalb bin ich hier. Toter Templer. Noch ein Toter Templer. So, da habt ihr. Noch ein Toter Templer. So, wo ist denn der Boss hier bei euch? So, nix hier mit Gorgonoyden. Das ist der Boss? Na gut. Herr, Frau, Boss. Au, 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 au. Na gut. Dann machen wir mal hier den. Krieg ich Leben durch deine Angriffe. So. Und. Oh, Feierabend. Okay. Ja, mehr wollte ich hier jetzt eigentlich auch nicht mehr machen. Außer den Boss hier zu schnappen. Marvellous. Ich habe eine andere Mission für dich. Komm zurück, so schnell wie möglich. Die Sache ist extrem urgent. Ja, ich möchte jetzt eigentlich keine neue Mission. Ich möchte eigentlich nur 1, 2, 3 freischalten und den Boss noch machen. Die ganzen anderen Veins-Missionen werde ich irgendwann mal so nach und nach spielen, damit ich irgendwann auch mal tatsächlich alle Gebiete habe. Ah, da. So, Plom. Okay. Die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt. Ah, du bist der Boss Na gut, dann Ach da So, den hätten wir Und einmal da hinten Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich einmal ganz rumlaufen Okay Einmal retten Mit ein bisschen Glück Machen wir heute noch so ein bisschen was Mit der Invasion in Veins Also sie ist machbar Wesentlich leichter als Die Invasion der Todesreaper Kann natürlich auch damit zusammenhängen Dass die Invasion gerade erst angefangen hat Ich glaube Mit jeder Woche wird die Invasion halt Schwieriger Und ich habe bei den Todesreapern ja erst ganz am Ende mitgemacht Und da war ich selber noch nicht so stark In dieser Weile hatte ich auch schon bessere Ausrüstung So, okay Bums So, hier haben wir keinen Boss mehr oder so, ne? So, hier haben wir keinen Boss mehr oder so, ne? So, hier haben wir keinen Boss mehr oder so, ne? So, hier haben wir keinen Boss mehr oder so, ne? Okay, gut, das was ich machen wollte, habe ich gemacht hier in Veins Allerhöchste Zeit Einmal zurückzukehren Nach Alien in die Hauptstadt Da werden wir mal die Storyline ein bisschen weitermachen Mit diesem missratenen Gott Also quasi eine Quest abgeben So, Asterios Nennt dich mal wieder zu sehen Okay, warten wir Okay, gute, schlechte, aber recht Toll für dich Ja, toll Schlecht für mich Haha There is no need to despair, my friend The data shows just a few places where the information could be located There are also notations that will help you find the right temples Of course, some of them have perished in the flames of battles of the past But with the assistance of your loyal followers You can probably find the remaining surviving temples Luck is on your side, I am sure of it And I have no doubt in my mind that it will help you find the way Ja, okay Gut, also meine Adepten sollen mir mal wieder aus der Patsche helfen So, Terminal So, so, die sind alle gelangweilt Alles klar Du musst einen alten Datenspeicher lokalisieren Ich schicke dir die Details Ja Das Daten, die du brauchst, sollte in den Archiven des Divine Observatoren sein Ich will auf Ihren behalf Wenn du nicht interessiert Nö, nö, mach mal Mal wieder Alakur Okay Bist du sicher, Archäologen müssten ihn durch und durch untersucht haben Alakur is crawling with the fight knights They might have scared off the researchers Ja, okay So, also finde ein funktionierendes Eta-Muster auf der Insel Alakur Das wäre dann also mal wieder Alakur Da werden wir jetzt nicht hingehen Aber ich habe hier noch was anderes Auf dem Bildschirm Und zwar öffne den Hauptstadt-Tab In dem du Shift-K drückst Und dann das Portal zu den Verzerrungen wählst Ja, das ist mir schon aufgefallen Ich habe da noch nicht hingeklickt Weil ich nicht wusste, was passiert Aber Wir haben ja hier So, die Hauptstadt Habe ich ja nicht hier Alles abgeholt heute Tempel der Taten Oh Ja, ich habe genügend göttliche Taten vollbracht Gottes Wahrheit Die Kosten für die Aktivierung der göttlichen Gestalt Wird um 30% verringert Das heißt häufiger göttliche Gestalt Das ist natürlich schön Kann ich irgendwas anderes Damit machen? Moment Ähm Nein Hier war ich schon richtig Orbit Ne, Siegesmedaillen Ja, hier habe ich echt noch nix, ne? Ah, hier könnte ich Hier könnte ich was freischalten Ewiger Kämpfer Beziehungsweise nein Kann ich nicht freischalten Weil Warum? Weil ich eine Trophäe des Avatars brauche Deshalb Ja, stimmt Obergott Also Halle der Obergötter Kriege ich ja erst Wenn ich Ähm Alle Avatare Einmal besiegt habe Von denen bekomme ich jedes Mal So eine Trophäe Und ich denke mal Ich muss hier Alle einmal freischalten, ne? Dann werde ich zum Obergott Reicht es, wenn ich den ersten freischalte? Ich muss auch nicht hoffentlich Alles hier freischalten, oder? Um dann hier Zugang zu bekommen Zu denen Die sehen so krass aus In der Invasion Solche Obergötter Naja Okay Ähm, äh Weit, äh Weit ist der Weg Äh So, da Verzerrungen Das ist neu aufgeploppt Das hatte ich vorher nicht Hier könnte ich ihn noch mal ganz kurz gucken Haben wir hier irgendwas? Nö Hier ist alles soweit normal Tempel der Taten Also das schalte ich dann mal kurz frei Plopp Das nächste ist Äh Gottes Weisheit Die Abklingzeit von göttlicher Heilung Und Willenskraft Für kürzlich um 50% Naja, okay Göttliche Heilung Gottes Zorn Ultimative Macht Naja Na schön Schön, schön Aber ich soll hier drücken Das machen wir doch noch mal Dieses Portal Kannst du dich zu einem Platz Füllt mit sehr powervollen Und sehr schrecklichen Monstern Es wird nicht leicht zu überleben Aber das Equipment ist so wert Aha Na gut Verzerrung Das sind also neue Schlachten Cariolis Malicenia Und da gibt es dann Brosche der Ewigkeit In lila Und hier gibt es ein Armband der Ewigkeit Und hier gibt es eine Schlachtaxt Das ist aber gesperrt Warum ist das gesperrt? Keine Ahnung Vielleicht bin ich noch nicht gut genug für die Kann ja sein Herausfordernd Oh Herausfordernd Ja Ich könnte mitmachen Aber Das machen wir jetzt glaube ich erstmal nicht Wobei Hier steht nicht Teamsuche Ist das Mach ich das alleine? Säuberungsaktion Pytholin Also ich werde mir das mal angucken Göttliche Taten Göttliche Taten Wahrscheinlich muss ich erstmal Gott werden Um das zu machen Ne Übrigens diese Verzerrungen Habe ich ja auch gesehen In den normalen Gebieten Da gibt es ja auch so eine Portale Invasion von Veins Ja Da gehen wir gleich hin Ja Das machen wir sogar noch Ein paar Minütchen da Einmal Umherlaufen Was wollte ich hier? Ich wollte hier nochmal schnell dahin Tessas Tempel ist leider immer noch gesperrt Gut dann Gehen wir mal nach Veins Ich höre es schon überall klicken und wimmeln Ja das waren glaube ich die Hauptgegner die gerade niedergemacht werden Oder sind die Hauptgegner Wo sind sie? Äh da Na ich bin mir nicht sicher Ob wir da schnell genug hinkommen Ich glaube eher nicht Wobei der eine ist noch bei 100% Wo komme ich da überhaupt durch? Äh ich muss hier rum Oh Ja Bist du Bist du Bist du Bist du Bist du immer schön aufhauen ausholen und bumms so die hätten wir besiegt war ja nix so nein so 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 ja da wurde ich tatsächlich als gott niedergemäht aber es kam ja auch kurz die nachricht holt ein obergott zur hilfe so ein elder gott naja ist glaube ich nicht passiert vielleicht wurden wir deshalb alle niedergemacht oder nur euch ich weiß nicht auf jeden Fall war der Schaden mehr als ich in göttlicher Form verkraften konnte das ist dann schon na gut bei einer Invasion ist das ist das so ja wie wir sehen das letzte mal hatten wir so ein riesiges Schlachtschiff jetzt gibt es hier kein Schlachtschiff naja es ist jetzt echt verregnet das ist ein bisschen blöd hier ist eine riesen Pflanze die ihre Sporen hier überall verschickt das Land quasi auffrisst oh geeigneter Punkt um eine Kamera aufzustellen ok dann machen wir das doch mal ich überlege gerade kann ich mich mit denen anlegen ich versuch's mal so also auch ohne göttlicher Form kann man hier gegen die Monster ganz gut bestehen momentan also ich momentan da hatte ich bei der Invasion vorher schon größere Schwierigkeiten im Grunde genommen ist sie aber ähnlich der vorherigen wahrscheinlich sind sie immer ähnlich die Invasionen es gibt hier immer wieder so Quests die man machen muss dann gibt es immer wieder irgendwelche Ober Oberbosse die kommen für die braucht man dann also also es wird schwer zu breathieren schnell zurück zurück zu den Templar Basis zurück die Neutralisers sie werden die Luft purifieren ja irgendwann ja irgendwann ja das ist jetzt gerade der Fall verströmt das Ding so mega viele Pollen und dann bekommt man permanent Schaden das war ja so ähnlich mit der Pest in der vorherigen gegen die Todesmeer Invasion hier sind das wahrscheinlich irgendwelche giftigen Pollen so dann ich schmeiß mal das Schwert weg jetzt soll man die Templar Basen verteidigen das ja Angriff des Flaggschiffs ich werde mich damit mal auseinandersetzen allerdings ähm muss ich hier jetzt ein kleines Päuschen machen ich werde allerdings die ähm ich äh rede zu viel allerdings ne die Folge wird gleich weitergehen für euch natürlich erst im nächsten Tag ich werde einmal kurz auf Pause drücken und dann die Aufnahme wieder neu starten bis gleich